Was? Wir have lost the base? Das... WAAAH! Was ist da los mit uns? Moin moin liebe Supersuchtis, hier ist der... Nicht der Framelag, sondern der Fluppy hier bei die Supersuchtis und heute sind wir natürlich wieder bei... FLUPPY HARDCORE Zusammen mit dem einzigartigen, oft kopierten, nie erreichten Mr. Deutsch... Äh, nein, halt, warte mal. Kimimoto LP Ja, schön. Dass du mich gleich schon am Anfang beleidigst, das finde ich echt nicht korrekt von dir. Na gut, am Ende fällt es ja keinem auf. So, heute spielen wir natürlich wieder Hardcore hier bei Fluppy Hardcore, sonst würde die ganze Sendung keinen Sinn machen, aber das wäre jetzt auch nicht das erste Mal auf diesem Kanal und äh... Bin, glaube ich, im feindlichen Team. Du bist im feindlichen Team und ich bin gleich wieder tot. Das ist hier Rush. Wir spielen sehr selten Rush. Leute, die uns sehen, äh, sehen, dass wir selten Rush spielen. Ich weiß gar nicht richtig, wie das geht, ey. Das ist wieder mal extrem, wie viel Sinn ich heute mache. So, hier, den gehen wir mal an Munition. Und wir sind jetzt hier, glaube ich, schon bei, äh... Operation... Nein, Quatsch. Seine Überquerung, wie ja viele sagen. Äh, auch wenn sie nicht, äh, kapieren, dass die Seine, beziehungsweise besser ausgesprochen die Seine... Der Fluss ist in Paris, ihr Banausen! Mann! Und, ähm... Da werde ich gespawnt, das ist doch wieder schön hier. Hier geht's praktisch darum, die Brücke zu verteidigen, was, ähm... Ziemlich einfach und ziemlich schwer sein kann. Also wenn man ein gutes Team hat, hier mit Supportern und mit, äh, Heilern und... Wie nennt man das bei LOL? Gibt's ja auch Heilern oder? Ja, doch, natürlich. Nicht der Supporter, der Supporter. Das ist kein Sub, das ist kein Abonnent. Ach, wie schreibt man den Subscriber? S-U-B. Ja, okay, schreibt man. Okay, scheiße. Wir lernen Englisch, heute, mit unserem Englischlehrer, Kimimoto. Haus Japan. Good evening, strangers. My name is Kimimoto. Ja, ja, ja. Und heute will ich euch, wie zu unterstützen. Wie ist es eigentlich, äh, Rush? Ist ja auch so ein bisschen wie, äh... Wie LOL. Sag ich jetzt mal. Ähm... Oder nicht? Nicht, gar nicht. Nicht mal mehr, weiß ich. Warum nicht? Warum spitzst du? Äh, weiß nicht. Fragen über Fragen. Im nächsten Video haben wir die Antworten. Das und noch viel mehr sehen Sie in der nächsten Folge. Es ist natürlich, äh, extrem hilfreich, wenn man hier, wenn man praktisch von einem Panzer penetriert wird. Äh, dass man Engineers hat, oder wie nennt man die hier? Wie nennt man denn die hier, die Leute mit dem Rohr in der Hand? Äh, Pioniere. Achso, ich dachte Freier. Äh, die Pioniere, dass die natürlich dann den Panzer zerstören. Aber irgendwie kriegen sie es hier nicht auf die Reihe. Und ich bin praktisch hier als Medic dabei, die zu heilen, Punkte abzusahnen und wiederzubeleben. Das ist also eine sehr einfache Aufgabe für mich. Und bringt mir Punkte und denen nicht wirklich irgendwas. Ja. Anders kann man diese Brücke hier nicht wirklich verteidigen. Ab und zu versucht ein armer Kimi irgendwo rüber zu rennen. Nee, also ich versuche hier was zu snipen, aber da hab ich echt keine Chance bei euch. Nicht? Ihr habt da so viele Snipers rumhängen, wenn ich da zwei Sekunden stehen bleib, bin ich schon tot. Wie, wird die Sniper rumhängen? Ach, so viele sind's das gar nicht. Ach, da ist doch einer, Headshot. Ach, da ist doch noch einer, der hat mich. Ich fand der Rush eigentlich immer schlecht. Warte mal, Heidel. Was? Das ist im Schiff da drin, die Box? Willst du mich verarschen? Was? Ja, das Ding ist da... Was du nur röchern musst, oder? Warum ist denn das... Nee, das leuchtet ja hier. Das ist auf dem... Auf dem Touristendampfer, das wusste ich ja gar nicht. So weit hab ich das noch gar nicht gespielt. Dann versuch ich mal da hinzukommen. Äh, aber ich glaube brauchst du nicht mehr, weil die Sache hat sich jetzt bis eben erledigt. Anscheinend bin ich nicht der Einzige, der nicht weiß, wo er hin muss. Ja, ich kenn mich leider auch nicht so gut aus auf dem RP. Umso besser. Hab die vielleicht zehnmal gespielt, oder so? Das ist ne ganze Menge. Oh nein. Also zehn ist ja irgendwie mehr als neun, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, du wisstest, ich wusste es. Ben, da hab ich dich doch. Oh Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Ja komm, weißt du, bei Hardcore ist er einfach. Er ist da rein. Wenn ihr euch fragt, warum ist denn der Kimimoto so schlecht? Warum hatten wir erst praktisch so ein geringes Level? Ähm. Der Kimimoto ist farbenblind, deswegen spielt er auch in diesem Monos. Und äh. Da macht man sich nicht drüber lustig, liebe Kinder. Das ist äh. Ah! Ich bin genauso farbenblind, wie ich auch wenn echt ein Japaner bin. Echt jetzt? Ja. Dabei sehen die schon so schlecht, ne? Generell so genetisch. Okay, das war gut. Ja, ja. Das war auch nicht. Hahaha. Ja, ich hatte selten eine Rush-Runde, also. Schwimmen! Wo bist du denn? Äh, ich bin da. Ach, bist du da? Oh! Bist du da gerade weggesprungen? Ja. Ah, gut. Hier ist äh, die Map vorbei. Für mich. Ja. Ich hätte Pech. Auf jeden Fall. Okay, okay. Ich bin jetzt tot. Oh, schön, dass der Dings ist. Ich werde auch mal ganz kurz mein Rohr zücken. Scheiße, hab ich jetzt. Ah, verdammt. Ich hab jetzt die Javelin. Ach, ne Mine. Das kann er doch nicht ernst machen. Fassst du das im, 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 im Pants? Ja, ja. Das weiß ich. Ich hab jetzt, äh, zum Versorger gewechselt. Ach so? Warum? Da mich das Neipen hier ein bisschen aufregt. Verstehe, ja. Ja, 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 klar. Ah! Wo bist du denn? Oh, ich hab ihn noch mitgenommen. Ja, ne klar, man muss nicht wegrennen, wenn da irgendwas, äh, leuchtendes auf einen zurollt. Das, äh... Oh, guck mal da, ein übergroßes... Pfff! Ja, ja. Ach das, oh Gott. Ist natürlich auch richtig wenig los hier, weil hier so wenig Leute sind. Äh... Die Action hält sich in Grenzen. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, wo sind jetzt die Menschen? Hä? Man kann noch übers... Baaah. Hier geht irgendwie... Alles kaputt. Ja. Das ist unpraktisch. Was? Super Super RPG on Infnoob. Ich hab immer noch nicht herausgefunden, wo ich hin muss, um die Bombe zu legen. Ja, da wo Rot A so leuchtet. Das ist meistens ein Zeichen dafür. Ja, da war eigentlich nichts. Wie, da ist nichts. Ja, ist fake. Ist das China, oder was? Ja. Wo wir wieder bei Asiaten werden. Irgendwie ist das hier ein geschlossener Kreis. Ein Teufelskreis. Hilfe. Aber na gut, ich wurde wieder gesniped. Ja, es ist wieder so ein typischer Fall davon, dass das Team zu weit in die... Ach, doch nicht schon wieder. ...enemie lines reingeht. Und irgendwann blinkt in die Box. Praktisch der Ring des Todes. Ich rück mich extrem auf, wenn ich getötet werde und nicht weiß von wo. I know the feeling. Also die Band, kenn ich. Ja. Tolles Album. Schön. Ah! Hör! Ich lebe noch. Warum? Weil es nehme ich mir mal die M40 mit dem Zweibein. Und es wird hier mal zurückgesniped. Warum lebe ich noch? Weil du gut bist. Nein. Also. Bei mir gibt es heute Abend übrigens Hawaii-Toast ohne Käse. Schön. Weil ich zu doof war, Käse zu kaufen. Wie mache ich das jetzt? Lege ich jetzt den Schinken unter den... Mache ich überhaupt Schinken? Ja schon, man macht Schinken. Normalerweise ist es ja... Man toastet das Toastbrot, damit es halt nicht so von der Ananas einweicht, ne? Ja, ja. Dann nimmt man... Kochen mit die Supersuchtis. Dann nimmt man Schinken rauf. Beziehungsweise schmiert erstmal so ein bisschen ein. Mit Marinade oder Gleitgel halt. Ja. Und dann die Ananas rauf und dann so halt so eine Billig-Käse-Scheiße da, ne? Schön. Oder? Weiß ich nicht. Warum nicht? Weil ich sowas nicht esse. Achso, ich dachte, weil du dich bekochen lässt, du. Vor der Sack. Hör! Ach. Natürlich nicht. Hör! Ich erschrecke mich irgendwie an, dass ein Hardcore-Kannes sein. Wie lange geht dieses Video schon? Ich habe Angst. Ja, meine sehr verehrten Supersuchtis. Flippy Hardcore wird nicht geschnitten, weil ich einfach voll bin. Ich glaube, das macht Sinn. Ach, die können doch nicht erzhaft mit einem Raketenwerfer auf mich schießen. Kann doch nicht sein. Ja, wenn man nichts anderes zur Hand hat, was soll man machen? Das ist halt so. Gott, ich schlaf ja gleich ein hier. Das ist ja, ey. Rush ist ja einfach nur Campen. Das ist ja wie so früher im Kolonialkrieg. Kolonialkrieg. So Süd gegen... Was war denn das? Süd gegen... Gegen Nord? Ja, macht doch, wir sind. Ja. Alter, hast du mich gerade ausgedacht? Nein. Ich lache immer mit dir. Er will nicht leben. Warum wieder... Ach, das war ein Feind. Das kann ich doch nicht ahnen. Naja, das ist meistens wenn der Rot halt so... Weißt du? So als Tipp beim nächsten Mal. Okay. Das ist lieb von dir, dass du mir weiterhilfst. Obwohl ich dein Feind bin. Ja, aber nur, weil ich hier gerade Video aufnehme und sowas. Ah! Kimi Hector wollte ich gerade sagen, aber... Das ist echt schön, ey. Du schreist hier rum, gucke ich oben rechts und du machst den Kill. Finde. Oh Gott, da ist ein Sniper. Nein! Ich sehe schon nur das Leuchten vom Zwölffach-Zoom und verstecke mich gleich hinter der nächsten Ecke. Ja. Ich glaube, wir müssen das kurzfristig hier denn beenden, weil das ist ja wirklich ein Snipe-Dingens... Es sei denn, ich hole dir jetzt die Tickets ein. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ich könnte ja auch mal versuchen zu snipen. Soll ich mal versuchen zu snipen? Och, lieber nicht. Alter, was soll denn das heißen, bitteschön? Du und snipen? Was soll denn das bitteschön heißen? Äh, ich meine natürlich, dass du so gut bist, dass das unfair wäre. Ich hatte 20 mehr Punkte in unserem hübschen Snipe-Let's Cut. Als du. Ja, und? Du hast dich auch mit Fluppi gegen mich verschworen. Mit Fluppi? Äh. Ja, genau. Ich verschwöre mich mit, äh, mit mir selbst. Äh, ne, ist alles logisch? Macht alles Sinn. So. Okay, chill. Schön, dass du mich verschwirst. Da ist ein Opfer. Ich bin ganz schlecht im, im, äh, bewegend snipen. Achso, okay. Weißt du? Also die müssen schon stillstehen ein paar Sekunden lang, sonst hab ich nichts. Okay, da ist, äh, ein Feind und ich bin im, ja, schön. Wißt du das? Im Wasser ist man ein bisschen wehrlos, also. Diese Tastaturanzeige von Fraps könnte ruhig auch noch so einen Timer haben. Ich hab nämlich gar keine Ahnung, wie weit ich jetzt hier, so. Ja, ich, äh, auch nicht. Ich auch nicht? Ähm, dann muss ich einmal meine Regie fragen. Äh, Aeon? Wie spät ist es gerade? 19, 17 ist es. Wir haben, ich glaub, um, ja, kurz nach sieben haben wir angefangen. Das ist eine ganz schön lange Folge, ne? Anscheinend. Ich hab mich gerade irgendwie verirrt, also. Ist dem so? Ja. Nein! Gibt's denn sowas? Gött, du bist tot? Ich, äh, bin gestorben, ja. Ach. Komm. Ach, cool, ich hab wiederbelebt. Ach, wo du willst, Flippi, wo du willst. Äh. Ja. So, es ist eigentlich die letzte Bombe, weil das würde so'n schöner Schluss sein. Ne. Alter, nein. Egal, aber ich würde sagen, wir, äh, verlassen dennoch das Schlachtfeld von diesen, äh, gewonnenen Impressionen, äh, aus dem Rush Hardcore Mode. Und freuen uns den Keks, oder? Und ich bin schon wieder tot. Oh, Mann. Wie sie sich alle hinlegen. Ah. Ja. War schön mit dir. Ja. Und ich lüge nie. War wieder gern. Ja. Ich bin, wie sie sich alle hinlegen. Ich bin, wie sie sich alle hinlegen. Ja. Ich bin, wie sie sich alle hinlegen.